Liebe Freunde des gepflegten Kingdom-Spiel-Spaßes und willkommen zu Kingdom Two Crowns Northlands. Wir haben ja beim letzten Mal hier das Level vermutlich abgeschlossen und wollen jetzt mal ins nächste Level schippern. Ach jetzt, guck mal. Und damit geht es los. Hat da noch einer nachgerannt? Kommt der Typ noch hinterher? Der Boma ist da wieder. Wird nett, wa? Tatsache. Der kam noch. So. Fein nach unten war das ja, ne? Genau. Oder auch nicht. Doch jetzt. Und wir können ja auch auf die erste Insel noch zurück. Da müssen ja auch Diamanten ausgegeben werden. Aber wir haben gerade keine. Also ich zumindest nicht. Interessant ist jetzt, dass... Ähm. Das ist so wie verwirrend. So. Weil eigentlich müsste das jetzt die Insel sein, wo wir gerade waren. 22 Türme. Oder ist das die erste? Mir ist jetzt nicht ganz klar, welche Insel jetzt hier welche ist. Hm. Ach, warte mal. Das ist die Katzeninsel. Das ist die, die wir gerade waren. Das steht jetzt da. Null Diamanten, Steine, null Tore. Ja. Wir könnten jetzt zur ersten zurück und dort die Tore zerstören. Oder wir gehen halt dann zur dritten Insel. Ja. Hm. Wie du willst. Na, dritte Insel. Okay. Da bin ich ja mal gespannt. Klein verbinden. Jetzt laufen sie nach links. Okay. Da ist das O, guck mal. Uh. Kann man hier was machen? Ja, Diamanten. Sind wir jetzt in die richtige Richtung gelaufen? Ach, keine Ahnung. Das kommt mir fast zu weit vor, ne? Ach nee, doch. Guck mal da. Da kommt der Händler auch schon. Der hat hier links direkt sein Lager. Ich gehe mal noch weiter, um da zu gucken. Ah, hier ist ein Schrein oder irgendwas. Da kommt Diamanten raus. Okay. Ach, das ist eine Diamantenkiste. Oh nein, nein, nein. Was hat er denn? Oh, ich bin zu voll für die Diamanten. Scheiße. Ah. Ich muss jetzt erstmal Geld ausgeben. Mal gucken, ob die bei mir... Also ich habe jetzt ein paar eingesteckt, aber nicht alle. Ja, eine liegt ja noch. Gut, noch eine Goldkiste, naja. Okay. Ja, die wollte ich jetzt noch nicht aufmachen, weil... So, drei Diamanten kommen dann links. Nehmen an diesem... Wieder runen Stein oder so auch immer. So, ich schicke den Händler dir mal direkt zurück. Wir brauchen halt Arbeiter, ne? Das ist gerade das Problem. Wir brauchen Leute, die... Ähm, die arbeiten können. Hier ist ja auch nochmal... Was ist der Typ? Bist du gerade nach rechts? Ich laufe gerade nach rechts, um zu gucken, ob irgendwo in einem Rekrutierungslager ist. Dann gehe ich mal nach links. Ich bin mir jetzt gerade nicht sicher, ob es jetzt wieder Nacht ist. So, hier ist das Schiff. Die Sonne geht gerade unter. Okay, ein Portal auf der linken Seite ist relativ dicht. Ach ja, hier ist auch... Okay. Also rechts ist kein Rekrutierungslager. Wenn du nach dem Schiff weiterläufst, kommt dann irgendwann direkt ein Portal. Ja. Also links ist auch relativ dicht. Hast du wenigstens links ein Rekrutierungslager? Ne. Äh, wie kommen denn da jetzt an neue Leute? Na, hinter dem Portal. Man kann ja dran vorbeigehen. Gut, das müsstest du dann mal machen, weil du bist schneller. Wenn es nicht aktiv ist, kommt man noch da. Die Frage ist halt, laufen die trotzdem, wenn die aus dem Portal rauskommen, dann immer nur Richtung Stadt? Oder laufen die einem dann auch hinterher? Oh no, jetzt ging die Kiste auf. Gib mir das Gold. Ja, oder man muss halt relativ früh eins der beiden Portale kaputt machen, ne? Hm. Weil im Moment haben wir ja das Problem, dass einfach die Mauern nicht ge... Also irgendwie ist das komisch. So, ich geh mal nach links. Hier liegt eine Axt. Können wir die ja wieder aufsammeln? Die nimmt sich jemand. So, hinter dem Portal kommt, ähm, so viel... Interessantes Wikinger-Zeugs. Ich höre noch irgendwelche Geräusche. Ja, ich mach's. Oh. Wir haben halt... Wir haben keinen Arbeiter dabei. Okay, das ist gerade kacke. Also es ist so ein Rätselding. Okay. Du musst doch so ein Wikinger dem Geld geben und dann... ähm, kommt da an den Stein so eine Art Melodie, würde ich mal sagen. Die man wahrscheinlich nachspielen muss. Und Rekrutierungslager ist dann auch... Weil dann kommt ja noch ein zweites Portal. Die Frage ist halt, ob die dann wieder überhaupt es schaffen, am Portal vorbeizukommen, wenn der Tag so kurz ist, weißt du? Hm. Und dann ist Schluss. Also zwei Portale links, dazwischen ein Lager. Ähm, ich hätte drei Diamanten, die ich hier in diesen Schrein geben könnte. Kommt... Da kommen die Leute angerannt, okay. Und da ist auch direkt das Portal, jetzt seh ich's ja. Ja, das ist mit dem Diamanten abgehauen. Shit. Ich hoffe, die laufen jetzt schnell genug und... Hier ist wieder so ein Baumeister-Ding. Für drei. Nur zwei. So, Jungs, könnt ihr anfangen, hier die Mauer zu bauen, das wär super. Jetzt hören sie mittendrin auf und bauen an der anderen Baustelle weiter. Ja, also hier merkt man jetzt schon, dass der Schwierigkeitsgrad dezent anzieht. Also allein schon, dass die Rekrutierungsteile halt hinter den ersten Portalen sind. Das ist halt schon ganz schön heftig. Müssen wir auf unsere Leute aufpassen. Ja, die müssen hier mal auf jeden Fall die Mauer bauen. Wo sind die Bauarbeiter? Ach, die bauen dort immer noch Scheiße. Hier kommt, baut rechts, das ist wichtig, da kamen nämlich auch schon Leute. Kannst du, wenn die Nacht vorbei ist, dann gleich nochmal zu dem Rekrutierungs-Ding rennen? Hm. Jetzt kommen hier die ersten Gegner, Scheiße. Der klaut natürlich jetzt die Axt, die da lag. Kommen schon welche mit Helm. Das ging mir noch ganz gut. Ja, rechts haben wir ja relativ nah an der Stadt auch schon einen potenziellen Platz für einen Bauernhof. Ich fange jetzt hier schon mal an, die Bäume in Auftrag zu geben. Wenn wir die Mauer hier nochmal ausbauen. Nein, theoretisch schon. Hast du jetzt links was in Auftrag gegeben? Nee. Wo rennen die denn jetzt weg? Ich verstehe das nicht. Wo rennt ihr denn jetzt hin? Wenn die Bauer beide einfach weg. Na, hast du sie gerufen? Boah, ach, die reparieren hier. Die Reparatur hat ihre Priorität. Okay. Also rekrutieren war hier nur eine Person. Hey, du, Kessel. Wir werden ja nochmal das Rätselding hier probieren und gucken, was da, was da haben wir hier passiert. Steine hier machen auch irgendwie Geräusche. Okay, okay. Also, ähm, die Anzeige daneben, also da blinken alle Steine auf. Also man gibt dem Wikinger Geld, dann blinken alle Steine auf und die haben unterschiedliche Farben. Und wenn man halt in jedem Stein Geld macht, dann ändert sich, glaube ich, nicht Farbe, aber die, ich glaube, es dreht sich. Also es soll sich drehen und zeigt eine andere Rune mit einer anderen Farbe und ich, äh, ist wahrscheinlich irgendein Code, vielleicht müssen alle gleich sein. Ja. Oder so. Aber ich habe jetzt nicht genug Geld, um es weiter auszuprobieren. Eigentlich die Bäume. Klingt auf jeden Fall erstmal von der Beschreibung her ein bisschen tricky, aber ich glaube, es wird nicht mega kompliziert sein, oder? Mhm. Tja, was brauchen wir am ehesten? Na, Geld und Leute. Also eigentlich wäre es gut, wenn du vielleicht am nächsten Morgen nochmal nach rechts gucken könntest an dem ersten Portal vorbei. Ähm, um zu sehen, ob dort ein Rekrutierungslager ist, wo vielleicht nicht nur einer ist, oder so. Weil ein Bauernhof wäre hier potenziell. Ähm. Aber ich will den noch nicht komplett ausbauen. Vielleicht hast du mal nur den Grundstein gesetzt, aber das ist ja nicht so schlimm. Aber wir brauchen dann halt Leute halt für, ja, für Bauern und Bauarbeiter halt. Hm. Ja, okay, kommt eine kleine Truppe. Ja. Da baust du die Wand noch, ja. Eieieiei. Ich dachte, die waren zu dritt, dass die fertig wären. Was haben wir jetzt verloren? Ähm, kann ich nicht sagen. Mal sehen, was er sich nimmt. Oh. 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 Na, okay, ich geh mal rechts rum. Ja. Hm, der hier ist. Ah, die war jetzt unruhlt. Hm. 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 Ja, das war's für das Klima, das stimmt. Jetzt ist mein Geld weg. Echt? Ja. Ich weiß auch nicht warum. Weil ich es gerade irgendwo ausgegeben habe, aber ich dachte, ich hätte noch was übrig. Hä. Hm. Ich muss es schlecht mit rekrutieren. Ich hab noch ein bisschen was. Ich kann dir das geben. jetzt diamanten hier mal reinpacken oder was ja warum nicht jetzt auch sehen da kommt man das fährt doch das kann ich mit geld erst mal wechseln oder was ich hab nur noch ein diamant ich habe gar kein geld mehr okay jetzt kommt zum klick der händler wieder oder er gibt mir kein geld oder doch jetzt noch vier leute okay das ist gut ich habe noch meinen bauarbeiter und den bogenschützer in auftrag gegeben die achte aber schon die tiere ich finde es aber auch schön dass mehrere also verschiedene sachen ist das nicht nur hasen sind sondern hier so rebhühner irgendwelche anderen hühner diese komischen wiesel das ist ja auch artragreicher geworden ja grafisch hat sich einiges getan das kann man hier schon die schild typen bauen würde ich habe das mein bogenschützen weiter investieren dass man defensiv stehen jetzt zwei bilden noch daneben kommt der händler auch schon wieder das natürlich praktisch ob ich hier links den turm erstmal noch ausbaue oje und da kommt schon einiges jetzt an gegnern da und vor allem sind die auch relativ stark mit ihren masken da gut du kannst jetzt immer nach links gehen ich denke mal dass links jetzt wieder neue gespawnt sind oder wenn jetzt die nacht vorbei ist mhm weil das ist gerade unsere einzige einzige einnahmequelle so die bauarbeiter kommen jetzt von rechts und links zu reparieren das ist schon mal gut ach scheiße jetzt habe ich die zum angriff losgeschickt nein ich wollte den turm ausbauen ich dachte das war der turmausbau gewesen nein ja klasse woher hast du richtig gut gemacht mhm jetzt verlieren wir nicht nur geld sondern auch leute weil da aber auch ein typ im turm sitzt und direkt da drüber ist auch gleich der angriff das war davor nicht so da war das doch nur ein schild ach mir ist das aber auch passiert ja das ist du kannst es halt auch hier einfach nicht unterbrechen die laufen jetzt los ich meine gut es ist jetzt tagsüber aber da kommen jetzt trotzdem das ist das erste tor das habe ich vorhin auch mit einer angriffswelle geschafft aber nee oh nee oh nee das kannst du vergessen das kannst du vergessen ich habe auch kein geld dabei um die wieder aufzubauen oh scheiße ja das ist natürlich jetzt richtig kacke oh das ärgert mich jetzt hier wirklich weil hier ein typ sitzt und das war vorhin halt nicht so und jetzt ist nämlich auch jetzt sind nämlich den turm auszubauen kostet nämlich mehr das kostet sechs münzen und nicht nur vier das überlappt sich einfach das ist doof also es ist einfach vom spiel per zufall doof platziert weil der stein direkt dann dahinter ist kannst du dem dem händler mal eine münze geben dass der los rennt und hier expandieren ah ok also die kommen jetzt zurückgerannt der der schildknappe will ich mal sagen der ist tot aber die bogenschützen kommen zurück wahrscheinlich weil der tot ist ja ja und wir können keine eigenen machen doch doch können wir können wir hier vertreiben ach du meinst keine neuen ja weil wir den mitgenommen mitgebracht haben ja das stimmt aber du kannst ja diese normalen schildleute ähm kaufen das ist die frage ob die auch einen antriff anführen können ne ich glaube nicht das ist einfach nur dass die mehr leben haben gut aber sei es drum die folge ist für heute vorbei wir müssen beim nächsten mal weiter kommen schon wieder ja ja wenn es euch gefallen hat lasst gerne uns einen daumen nach oben da für das video schaut gerne jetzt oben in die infokarte dort habe ich voxy mit verlinkt könnt ihr bei ihm dann auch zuschauen und dann sehen wir uns wieder zum nächsten video bis dahin machts gut tschüss bis hier denn bis hier denn